So, Nummer 2 folgt zugleich. Da kann ich heute einen Titel nicht einmal richtig sagen dazu. Das Lied habe ich mir auch aufgeschnappt. Vielleicht weiß einer, wie das Lied heißt. Könnt ihr mir so gerne in die Kommentare schreiben. Genau. Und wenn ihr in Zukunft mehr sehen wollt, mögt ihr einen Kanal abonnieren, dann würde es jederzeit mit fragen, was ich rein tue. Für den vorherigen, wie ich schon gesagt habe, möchtest du es in Zukunft ein wenig öfter machen. Also, furcht's. Musik 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 Ja, wie ist das? Ja, wie ist das?